Hallo Kinder, ich bin Bob. Heute wollen wir das Alphabet lernen. Der erste Buchstabe, den wir suchen, ist das A. Los, suchen wir A. Kinder, könnt ihr A sehen? Er versteckt sich hinter dem Laternenpfahl. Oh, hallo Bob. Ah, kommst du mit? Ja, Bob. Was machst du da oben, B? Ich hab dich gesucht und da bist du ja. Schaut Kinder, da ist C. Er scheint irgendwo hinzugehen. Hallo Bob. Hallo C. Wo gehst du hin? Ich gehe in den Park. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Au ja. D. Was machst du hinter den Bäumen? Ich spiele Verstecken. Kommst du mit auf eine Vergnügungspfahrt? Ja. Hallo E. Wie geht's? Hast du Lust mitzukommen? Hallo Bob. Mir geht's gut. Danke. Danke. Ja, ich würde gerne mitkommen. Kinder, was ist denn das? Oh Gott, das ist F. Hallo Bob. Hallo G. Wo gehst du hin? Hallo Bob. Ich treffe mich mit H. Komm mit. Hallo H. Hallo Bob. Geh, fahren wir mit Bob. Ja. Kinder, die nächsten Buchstaben sind I und J. Wir warten auf den Bus. Er bringt uns zur schwimmenden Insel. Ich fahre euch zur schwimmenden Insel. Kommt beide mit. Kinder, seht mal K. Er ist auf der Schaukel. Bob, kann ich mit meinen Freunden I und J mitkommen? Ja. Hurra. Warte auf mich. Ich will auch mit. Hallo M. Was machst du? Hallo Bob. Ich gehe nach Hause. Warum kommst du nicht lieber mit uns? Ja. Hurra. Hallo N. Hallo O. Hallo Bob. Hallo Bob. Ja. Hallo P. Wo ist Q? Hallo Bob. Ich versuche Q zu finden. Willst du mir Q zu finden? Da. Q versteckt sich hinter dem Haus. Schaut Kinder. Da ist S. Hallo Bob. Ich warte auf R. Hallo Bob. Hallo T. Gehst du irgendwo hin? Hallo Bob. Ich gehe in die Stadt, um U und V zu treffen. Lass uns doch U und V zusammen besuchen. Ja. Hallo U und V. Kommt ihr mit mir, um W zu treffen? Ja. Wir wollten W auch treffen. Lasst uns zusammen gehen. Hallo W. Hallo Bob. Ich warte auf meine Freunde T, V und U. Hast du sie gesehen? Ja. Sie sind an Bord. Willst du nicht mitkommen? Ja. Hurra. Sieh mal. All unsere Freunde. Können wir mitkommen, Bob? Ja. X, Y und Z. Das war ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Ich bin Bob. Und ich will euch helfen, die Zahlen zu lernen. Lasst uns alles zählen, was auf meinem Waggon ist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo Bob. Sechs Orangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hallo sechs. Wie geht's dir, Bob? Sieben Äpfel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hallo sieben. Schön, dich zu sehen, Bob. Acht Hüte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hallo acht. Hallo Bob. Neun Lutscher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Hallo neun. Hallo Bob. Zehn Bälle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hallo zehn. Schön, dich zu sehen, Bob. Lasst uns die Zahlen nochmal aufsagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Acht, neun, zehn. Ich bin die Formenbahn. Tut, tut, tut. Ich bin die Formenbahn. Lieber Kreis, lieber Kreis, du bist so rund und rund und rund. Du kannst rollen auf dem Boden, du kannst rollen rundherum. Lieber Kreis, lieber Kreis, du bist so rund und rund und rund. Du kannst rollen auf dem Boden, du kannst rollen rundherum. Hey Quadrat, hey Quadrat, guten Morgen, wie geht's dir? Pass auf deine vier Seiten auf und jecken alle vier. Hey Quadrat, hey Quadrat, guten Morgen, wie geht's dir? Pass auf deine vier Seiten auf und jecken alle vier. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, siehst wie ne Pyramide aus. Komm mit auf meine Eisenbahn, das Quadrat kommt ja auch. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, siehst wie ne Pyramide aus. Komm mit auf meine Eisenbahn, das Quadrat kommt ja auch. Lieber Stern, lieber Stern, siehst du dir den Himmel an. Deine Freunde kommen in der Nacht auf ihrer Himmelsbahn. Lieber Stern, lieber Stern, siehst du dir den Himmel an. Deine Freunde kommen in der Nacht auf ihrer Himmelsbahn. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, kommst du auch noch dazu? Meine Wagen sind bequem und sehen aus wie du. Liebes Dreieck, Liebes Dreieck, kommst du auch noch dazu? Meine Wagen sind bequem und sehen aus wie du. Hey Oval, hey Oval, guten Morgen und wie geht's? Schau, deine Freunde sind an Bord, komm du doch auch noch mit. Hey Oval, hey Oval, guten Morgen und wie geht's? Schau, deine Freunde sind an Bord, komm du doch auch noch mit. Hallo, ich bin Bob. Komm, wir hören uns die Stimmen der Tiere an. Hört ihr wie die Ente macht? Quack, 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 quack! Hört mal zu die Ente macht? Quack, quack, quack! Hört ihr wie die Henne macht? Kluk, kluk, kluk. Hört mal zu die Henne macht? Kluk, kluk, kluk. Quack, quack, quack. Hört ihr, wie das Pferd macht? I, I, I. Hört mal zu, das Pferd macht? I, I, I. Hört ihr, wie die Kuh macht? Mu, mu, mu. Hört mal zu, die Kuh macht? Mu, 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 mu. Hört ihr, wie das Schwein macht? Grunz, Grunz, Grunz. Hört mal zu, das Schwein macht? Grunz, Grunz, Grunz. Hört ihr, wie das Schaf macht? Mäh, mäh, mäh. Hört mal zu, das Schaf macht? Mäh, mäh, mäh. Hört ihr, wie der Hund macht? Wow, wow, wow. Hört mal zu, der Hund macht? Wow, wow, wow. Hört ihr, wie die Katze macht? Miau, miau, miau. Hört mal zu, die Katze macht? Miau, miau, miau. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Quark Hört ihr wie die Eule macht uh 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 Hört mal zu die Eule macht uh 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 Hört ihr wie der Frosch macht quack 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 Hört mal zu der Frosch macht quack 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 Quark Hört ihr, wie die Schlange macht? Zisch, zisch, zisch. Hört mal zu, die Schlange macht? Zisch, zisch, zisch. Hört ihr, wie die Fliege macht? Summ, summ, summ. Hört mal zu, die Fliege macht? Summ, summ, summ. Hört ihr, wie der Esel macht? I-A-A Hört mal zu, der Esel macht I-A-A Hört ihr, wie die Gans macht Schnatter, Schnatter, Schnatter Hört mal zu, die Gans macht Schnatter, Schnatter, Schnatter Hat das Spaß gemacht? Ihr könnt jederzeit wiederkommen! Wollt ihr eine Fahrt durch die Stadt machen? Ja! Dann kommt an Bord! Die Räder der Bahn gehen rundherum Rundherum, rundherum Die Räder der Bahn gehen rundherum Durch die ganze Stadt Die Hupe der Bahn macht Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Brumm, 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 der Motor der Bahn macht brumm, brumm, brumm durch die ganze Stadt. Die Wagen der Bahn gehen auf und ab, auf und ab, auf und ab. Die Wagen der Bahn gehen auf und ab durch die ganze Stadt. Bumm, brumm, 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 br Die Gäste der Bahn machen Hops, 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 Hops. Die Gäste der Bahn machen Hops, Hops, Hops durch die ganze Stadt. Die Schienen der Bahn machen Rüttel, 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 Rüttel. Die Schienen der Bahn machen Rüttel, Rüttel, Rüttel durch die ganze Stadt. Hat euch Bob die Bahn Spaß gemacht? Dann kommt bald wieder! Untertitelung des ZDF, 2020